Holt Sascha seinen Bizeps raus, wird's auf der Inselnacht. Wir fiebern alle mit, ich meine, was hast du gedacht? Es geht ums Überleben. Man, wir schauen alle rein da und zwar mit Sascha jetzt gemeinsam ganz easy. Lass gerne auch ein Like da, let's go. Genau, ich habe ja noch was Lustiges gesehen, Freunde. Es gibt ein kurzes Video anscheinend, das mir sehr viele von euch geschickt haben. Und ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet. Es geht 1 Minute 50, entweder es ist ein kompletter Fail oder es ist lustig. Ich habe null Ahnung. Wir schauen jetzt einfach rein. Es geht nur 1 Minute 52. Machen wir so, oder? Sascha Hubers verrückte Idee. Cartoon. Das Cartoon, das ist mal die Überschrift. Die PriestTV. Was ist jetzt los? Jetzt vorne. Vorher copyrighttechnisch ein bisschen vorskippen müssen, aber jetzt geht's los. Die Video von Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar wollen wir jetzt da die... Die Flossen. Ja, Insider. Das hat die Sascha jetzt mit die Flossen rausgeschoben. Genau, man kennt's. ...kunden, muss ich jetzt was loswerden. Und zwar eine ganz spontane Idee. Vielleicht ist es auch die dümmste Idee meines Lebens. Aber wie ihr wisst, liebe ich einfach die völlige Eskalation. Ich brauche die völlige Eskalation. Und deswegen, Freunde, habe ich mir da jetzt was ziemlich krasses überlegt. Nämlich das heftigste HIT-Workout hier auf YouTube. Wir starten in der 2. Ja, alles klar. Alles klar. Uppercut. Rechter Haken. Linke Haken. Links nach unten. Und rechts nach unten. Und links nach unten. Rumpelstaffig. Noch ein Kleiner. Viel Lysius. Rulings. Boah, ist das krass. Hahahaha. Habe durchstrecken. Habe durchstrecken. Habe durchstrecken. Habe durchstrecken. Habe durchstrecken. Ja. 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 Geschafft. Wir haben es geschafft. Dieses Workout, Freunde, hat definitiv einen Daumen nach oben verdient. Und schreibt mir in die Kommentarbox, wie graciel dieses Workout gefeiert hat. War es gut, Freunde. Folgt mir auch auf Instagram. Da gibt es auch immer Trainings- und Ernährungstips. Das war es auch schon wieder. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Sascha. Peace. Ja, ey, geil gemacht, geil gemacht. Also das hat mich jetzt echt überrascht. Muss ich sagen, Freunde, schaut da gerne. Kann man unterstützen, die Presti von 20 Abonnenten. Was? 70 Aufrufe. Das hat wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber haben die jetzt schon mehr Folgen gemacht? Also das, Freunde, haben mir auch so viele geschrieben, dass sich viele von euch gedacht haben, als ich gesagt habe, das ist eine völlige Eskalation und so, dass sich da viele von euch gedacht haben, dass da jetzt ein Workout kommt. Die haben das jetzt umgesetzt, geil gemacht. Süßig. Ich muss sagen, ich habe mir das auch überlegt, das zu machen. Das Problem ist nur, Freunde, ich wollte halt alles geben. Und dann nicht bei diesem Riesenaufwand vom Team und so weiter einfach nur sagen, ja, für mich ist das schon ein Spaßding. Ich wollte das halt ernst nehmen und ich wusste halt, ein Workout, da verbreitet es halt sehr viele Kalorien. Es gibt nichts zu essen. Also es wäre einfach dumm für das Projekt und für die Challenge. Und da wollte ich schon alles geben. Aber der Gedanke war auf alle Fälle mal da, dass ich sage, jetzt bahnt die richtigen Workout aussehen. Am Anfang schon. Aber ja, genau. Das war es jetzt. Und wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann seid jetzt schnell R-Up jetzt in der Videobeschreibung verlinkt und auch auf Twitch hier, weil Weihnachtsspecials gibt. Und wenn ihr das schon mal testen wolltet, ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt dafür. Ihr wisst ja, retro-nasales Riechen. 70% im Rachenraum. Pot aktivieren, rausziehen und gönnen. Aber schmeckt nicht wie ein Cola oder Fanta, seien wir uns ganz ehrlich. Aber wie aromatisiertes Wasser, seitdem trinken wir wirklich viel mehr. Vor allem ich benutze es die ganze Zeit. Feier ich. Kann ich wirklich empfehlen. So viel zu dem. Aber geil gemacht. Ich gucke es, auf was die Leute immer kommen, gell? Ja, unglaublich. Voller Aussage. Du bist in der Endcard drinnen. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Click it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.